Mein Schwiegervater riss mir die Nägel mit einer Zange aus. Mein Name ist Peter Connelly und ich bin am 1. März 2006 geboren. Nach meiner Geburt trennten sich meine Eltern. Als ich drei Monate alt war, lernte Mama Tracy Connelly ihren Freund Stephen Barker kennen. Stephen war besessen von Bösem, Schmerz und war ein großer Fan von H.T. Er hatte den Körper voller Neonats, Tattoos. Mit sieben Monaten begann ich schwerwiegende Verletzungen am Kopf, Gesicht und Körper zu erleiden. Ich musste aufgrund von Verletzungen und Prellungen mehrmals ins Krankenhaus. Ein besorgter Arzt alarmierte die Sozialdienste. Mama erklärte den Sozialdiensten, dass ich regelmäßig hinfalle. Ich verbrachte meine Tage in meinem Zimmer, ohne gefüttert zu werden oder die Windel gewählte. Nike Kei Kei